Hello Friends und willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir Banishers Ghost of New Eden weiterspielen werden und den ersten Boss die Bestie besiegen sowie den dunklen Wald abschließen. Wenn ihr sehen wollt, was wir diesmal für Entscheidungen treffen und wie es weitergeht, dann bleibt auf jeden Fall dran und hinterlasst eine positive Bewertung. So zeigt ihr uns nämlich, dass ihr Lust auf weitere Parts habt und dass wir die Story weiterspielen und sehen, wie es weitergeht. Und vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Es ist ein Klick, so könnt ihr uns super unterstützen und bei weiteren Meilensteinen dabei sein, wie zum Beispiel den 3000 Abonnenten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, wir gehen wieder ins Game und spielen weiter. Unseren Spiel stand auf normal. Wir haben schon die ersten schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Wir sind gerade im Düsterwald bei den Waldbewohnern bzw. hier bei dem Jagdstand. Haben uns um den Schmied gekümmert, haben den Geistverband die anderen leben lassen und es geht weiter. So, wir sollen jetzt zum einen mit Kate sprechen und ihr wahrscheinlich vom Schreiner erzählen bzw. wir werden das ja für uns behalten. Und wir haben hier eine neue Spukermittlung. Ich glaube, wir gehen erstmal zu Kate. Wir brauchen hier jetzt aber noch einen Schlüssel oder können wir das mittlerweile öffnen? Können wir es jetzt öffnen? Ein Strahlenkranz. Ui, die Brosche. Jetzt haben wir hier einfach... Jetzt brauchen wir noch das Gewehr. Das Gewehr wäre mir persönlich sehr wichtig. Also, schade, dass das jetzt irgendwie zuletzt kommt. Ich habe mit allen gesprochen, wie ihr es wolltet. Und? Der Schmied und seine Frau wurden von einem wütenden Geist geplagt. Er wird sie nicht mehr belästigen. Ich will euch mal glauben. Sonst noch etwas zu berichten? Vermutlich treiben noch andere Geister hier ihr Unwesen. Genaueres kann ich noch nicht sagen. Nun gut. Habt herzlichen Dank, Red McGraith. Ihr habt euren Beitrag geleistet und euch einen Platz hier verdient. Meine Schwester sollte demnächst zurückkehren. Sie wird euch sicher kennenlernen wollen. Bis dahin seid ihr hier willkommen. Okay, ähm, erstmal wieder Tschüssikowski. Ich verabschiede mich. Ja, bis dann. Ich muss ja noch die anderen Geisteraufgaben erledigen. Ah, auf Thickens Rückkehr warten. Ja, aber wir gehen dann jetzt erstmal hier zum anderen Geist. Die schwierigen Entscheidungen treffen, das dürfen wir nicht aufschieben. Dieses Haus hier. Ja, schau wie befleckt es ist, ob jemand zu Hause ist. Klopfen wir an. Ist jemand zu Hause? Keiner da. Okay, was haben wir hier? Liebe Philippa, entschuldige, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe und dass sich die Lieferung dadurch sicher verzögern wird. Geduld ist wie immer von höchster Bedeutung. Ich hasse es. Also Geduld, hab ich nicht. Ich hoffe, es geht dir gut und dass deine Mühen mit dem Laden von Erfolg gekrönt sind. Mein Brief erreicht dich sicher zu spät, als dass er dir noch von Nützen wäre. Aber du solltest wissen, dass sich die Dinge in New Eden weiter verschlechtert haben. So besorgniserregend sie sowieso schon waren. Die Menschen sind aus der Stadt geflohen und suchen in kleinen Gruppen Schutz in der Wildnis. Der Brief wurde irgendwie nicht abgeschickt, oder? Ich hab alles versucht, selbst von dort zu verschwinden. Aber die Gruppe, der ich mich angeschlossen habe, ist vom Pech verfolgt und das schlechte Wetter tut sein Übriges. Sollte ich hier von hierhin kommen, werde ich schnellstens in unser Vaterland zurückkehren und dir meine Geschichte von Angesicht zu Angesicht erzählen. Ich habe keine Neuigkeiten über unseren Freund Alex. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unglücklicherweise noch am Leben. Okay, sorry. Und er freute sich bester Gesundheit. Nun? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass Alex noch immer schlecht auf uns zu sprechen ist und wer auf ihn, wo immer er auch sein mag. Meine Nachbarn dagegen sind einigermaßen freundlich, was erwähnenswert ist, denn du weißt ja, das trifft auf die Leute hier nur selten zu. Wie dem auch sei, vergiss nur eben, liebe Philippa. Geh fort von hier. Arbeite woanders weiter an unseren Ambitionen. Bitte erweise mir die Ehre, meine aufrichtige Liebe anzuerkennen. Teuerste Schwester, in ewiger Treue deine Prudence. Unsere Prudence Haig lebt hier. Sie schreibt gut. Außerdem scheint sie nicht von Sinnen zu sein. Wir bewerten hier nochmal eben kurz die Schreibstile von den Leuten. Wer geht in die Wildnis, um Briefe zu schreiben? Ich will wissen, wo sie so gut schreiben gelernt hat. Oh, ne Garte. Müssen wir da jetzt irgendwie Ausschau halten, hier zu diesen drei Bäumen? Das werde ich niemals finden, aber da müssen wir wahrscheinlich hin. Hier steht etwas von drei Eichen. Dort könnte sie sein. Auf dem Tisch liegen Eicheln. Das wäre also durchaus wahrscheinlich. Hm. Niemand zu Hause, aber der Eintopf köchelt auf dem Herd. Auf der Jagd nach Gewürzen für den Eintopf, hoffe ich. Oh, hier ist noch was. Hier pulsiert etwas. Lass mich etwas versuchen. Oh. Muss ich mir die Zahlen merken? Ich hoffe nicht. Wird dieses Haus vom Zahlenteufel heimgesucht? Jemand hat die Wände geschrubbt. Mrs. Haig muss die Zahlen gesehen haben. Ja, und die haben ihr überhaupt nicht gefallen. Ja, was sind da denn für Zahlen? Für eine Köchin ist diese Prudence Haig eine ausgezeichnete Briefeschreiberin. Sie ist einfallsreich. Das macht die Sache interessant. Suchen wir diese Eichen und unsere heimgesuchte, belesene Köchin. Oh, okay, hier sind überall Zahlen. Ist das der Weg, den wir schon mal gelaufen sind? Nee, ist wieder ein neuer Weg, ne? Glaub ich richtig? Oh, ich glaub, wir hätten da rum gemusst. Egal, vielleicht können wir... Nee, wir können nicht hier rum. Das ist der Weg zurück. Ja, wo? Haben wir es? Oh, das waren aber wieder einige. Oh, da ist Prudence. Schön. Ah! Ah, ihr mit die drei Eichen. Kommt nicht näher! Chill! Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Wir sind gut! Vielleicht killen wir nicht, aber wir sind eigentlich gut menschlich. Der Verbander, der überlebte. Auch wenn das nur wenig half. Seid ihr Prudence Haig? Was wollt ihr? Sie ist misstrauisch. Warum nur? Was macht ihr hier draußen im Wald? Ich habe eine Verabredung mit der Königin von Spanien. Was denkt ihr denn, was ich hier mache? Ihr habt das Lager gesehen. Wir sind am Verhungern. Ein Tag ohne Brot ist lang. Aber aus Eicheln lässt sich auch Mehl gewinnen. Okay, rück dich. Es tat mir leid, vom Tod eures Mannes zu hören. Mein Thomas war ein glücklicher Mann. Ganz gleich, was ihr gehört habt. Du hast einen wunden Punkt getroffen. Nagel sie darauf fest. Mit wem habt ihr gerade geredet? Was meint ihr? Gerade eben. Ihr habt laut geredet. Auf Französisch. So ein Blödsinn. Verstellt euch nicht. Ich erkenne Französisch, wenn ich es höre. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich stamme aus Kent und bin über Wales ausgewandert. Sie wird es nicht zugeben, aber Prudence Haig ist insgeheim Französin. Darf ich jetzt gehen, Schotte? Ich will ganz offen sein, Mrs. Haig. Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe. Ich habe nie erwähnt, dass ich Prudence Haig bin. Sie ist stur. Das gefällt mir. Man sorgt sich um euch. Ich kann euch helfen. Die Leute sollten es unterlassen, mit einem Scharlatan wie euch über mich zu reden. Ich brauche nicht noch mehr Probleme, als ich schon habe. Ich gehe zurück ins Lager. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Sie leugnet, was mit dir passiert. Wir werden Beweise brauchen. Noch mehr Zahlen. Die sehen neu aus. Ja. Also, ich glaube, dass sie ja mit einem Geist Kontakt hat. Vielleicht die Ehemann. Und noch mehr Zahlen. Folgen wir der Spur. Mrs. Haig kam mir verdächtig vor. Sie war dir gegenüber ebenso misstrauisch, wie du ihr gegenüber. Was macht eine Französin in Kriegszeiten hier in Neuengland? Die Tatsache verbergen, dass sie Französin ist natürlich. Die Zahlen. Wir sind auf der richtigen Spur. Okay, hier ist wieder Nebel. Hier sieht Reed wieder nichts. Es mag nicht, dass wir herumschnüffeln. Oh mein Gott. Das Alphabet steht für bestimmte Zahlen, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist, ähm, ja. Dechiffrieren hier. Dingsbums. Die haben eine Geheimsprache. Gallnisse zermahlen, aufquellen lassen. Wasser als Tinte benutzen, vor dem Falten trocknen. Aktion New Eden. Französisch kann ich nicht. Ja, das kann ich jetzt nicht, äh, hier herausfinden, was das heißen soll alles, aber... Da wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Das ist ein Geheimtext. Hat Prudence Haig verschlüsselte Botschaften geschickt? Sie meldet die Vernichtung von Essensrationen, die auf dem Seeweg in New Eden ankommen. Das erklärt die verbrannten Docks bei unserer Ankunft. Und was jetzt? Noch mehr Spuren. Such weiter. Diese Leichenteile schreien förmlich. Beschwört mich. Ja, mach mal das doch auch. Ich kann dir helfen. Wow, wer ist er? Wow, die haben hier so einen Kreis. Und da ist es gefährlich, anscheinend. Wann das alle? Elite. Die Elite haben wir besiegt, Leute. Einmal die Elite besiegt. Ich weiß es doch nicht. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Die Tod, Teufel. Wow. Haben die jetzt den Geist eingenommen von ihm oder was? Weil der war ja gerade hier eigentlich. Wir gehen mal weiter. Mal gucken. Ich kann das lebhafte Echo der Erinnerung eines Geistes... Da war der Mann noch am Leben. Was ist das? Okay, so ein Ständer. So ein Ständer. Du weißt, dass ich dich immer lieben werde. Ja? Ja. 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 Ein Wachs-Siegel... Ja. Siegel, Ständer, alles das Gleiche. Ein Wachs-Siegel mit einem Hugenotten-Wappen. Ah! Je näher du kommst, desto gefährlicher wird es. Thomas, chill mal eine Runde. Wir wollen doch helfen, oder nicht? Also, vielleicht wollen wir auch nicht helfen. Das sehen wir dann. Es hat ihr Hugenotten-Siegel gefunden. Ich bezweifle, dass er wusste, dass sie eine französische Protestantin war. Sie hat ihn belogen, er hat sie beschützt. Vielleicht beschützt er sie. Auf englischem Boden sind die Franzosen nicht gerade willkommen. Ich habe absolut keine Ahnung. Da haben wir noch zu wenig gesehen. Oder Hilferufe. Verstärkung! Mach Platz, Fifi. Fifi. Okay, wir müssen denen wieder echt lang hinterher rennen. Wir haben jetzt wahrscheinlich wieder eine komplett neue Route. Oh mein Gott. Jetzt haben wir hier bald irgendwie gefühltes halbe Land entdeckt. Wow. Da chillt der Geist jetzt. Wahrscheinlich haut der dann wieder ab, ne? Wartet. Wir wollen nur reden. Ja, beruhig dich doch mal. Ein Alpha-Peiniger auch noch. Chillig. Sie lernen es einfach nicht, oder? Ah, wer seid ihr? Ändere deine Strategie. Wow. Warte, ich stecke hier fest. Das ist hier gerade ein bisschen belastet. Ich würde gerne hier ein bisschen kurz abzischen, ne? Ich will einmal kurz gucken, was hier ist. Wie? Lagerfeuer aktivieren wir mal eben direkt. Damit ist nicht zu Spaß. Was ist hier? Im Verborgenen. Ah, okay. Ah, hier. Alter, der Nachbar hat ja richtig zugelegt. Dein Nachbar hat denn so einen Selbstmord getrieben, oder? Meißel. Ein alter Meißel mit dem eingravierten Worten, deine Liebe ist auf ewig genug. Diese Fessel ist durchdrängt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebensreich durch den Abschluss einer Sputgemittlung durchtrennt wurde, nähert sich Anthea automatisch an der Essenz, um sich zu stärken. Er nahm sich das Leben. Seine Albträume waren ungewöhnlich. Der Arme. Können schlechte Träume einem Mann so etwas antun? Doch. Wenn er heimgesucht wird, dann schon. Er ist hier. Ne, hier ist er sogar. Ich bin's in Ruhe. Red McGrath, Herr. Ich versuche, Ihrer Frau Prudence zu helfen. Schlüstert mir nichts zu, Teufel. Ist das jetzt wirklich jedes Mal nötig? Dann überlasse ich dir den Vortritt. Na schön, verbannen wir's. Hint fort, Teufel! Ihr werdet sie nicht bekommen! Wann haben die Albträume begonnen? Kein Anfang, kein Ende. Möge das Geflüster auf ewig ruhen. Möge das Geflüster ruhen. Möge es ruhen. Habt ihr einen Schlaftrunk genommen? Ein Heilmittel vielleicht? Hat Prudence euch etwas gegeben? Gegeben. Sie hat mir alles gegeben. Ich hab es behalten und zurückgegeben. Hab es ein Gesicht hinter der Stimme? Oder vielleicht eine dunkle Gestalt, die über euch schwebt? Euch das Leben aussaugt? Nein. Nichts als das, was wir sind. Die Kreaturen, die wir alle wirklich sind, begraben in der Dunkelheit. Warum die verschlüsselten Botschaften? Was wolltet ihr damit sagen? Das Geflüster des Teufels wird zurückkommen. Für immer muss sie fliehen. Sie muss fliehen. Prudence fürchtet, dass sie entlaft wird. Sie fürchtet die Engländer. Vielleicht ist das der wahre Grund für ihre Flucht. Sie muss sich vor dem nie endenden Geflüster hüten. Könnt ihr mal den Klartext reden? Sie müssen fliehen auf ewig. Sagt es ihr. Das ist zu geheimnisvoll. Sprich ganz offen mit ihr. Nein. Nicht ich. Nicht so. Prudence ist nicht die, für die ihr sie gehalten habt. Und doch habt ihr sie geheim gehalten. Ich kenne sie. Da muss noch mehr hinter stecken. Es kann nicht nur sein, dass sie eigentlich eine Französin ist. Ich liebe sie. Auch nachdem sie die Kolonie verraten hat, obwohl ihr wusstet, dass sie euch belogen hat? Furcht gibt es in der Liebe nicht. Das ist doch nicht so schlimm, oder? Juck doch, ob sie jetzt Engländerin oder Französin ist. Sie braucht mich. Sie braucht mich. Er hat seinen Verstand verloren und zieht sie mit in den Wahnsinn. Er glaubt, sie zu beschützen. Also verbannen wir ihn. Dann wird sie in Sicherheit sein. Was wir auch tun. Prudence hat ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Wir sollten es ihr sagen. Ja, irgendwas muss Prudence doch getan haben. Also wenn die jetzt komplett unschuldig ist und einfach nur eine Französin in einem englischen Lager ist, dann juckt ihr auch, oder? Also dann gäbe es ja keinen Grund, sie jetzt zu beschuldigen. Wer? Ich? Gerade eben habt ihr doch mit jemandem gesprochen. Wer war das? Blödsinn. Ich bin allein hier. Spielt nicht mit mir, Verbanner. Jetzt sagt mir die Wahrheit. Bei der Belagerung von Wien hängten wir Saboteure. Wenn ihr euch an unserem Essen vergreift, werden wir euch ausweiden. Ja, ich hab euren Geheimcode gefunden. Ihr? Ihr habt diese Botschaften hinterlassen. Was wollt ihr? Die Leute hier vertrauen euch. Niemand von denen weiß, dass ihr eine hinterhältige Schlange seid. Wenn ihr glaubt, ihr könnt über mich urteilen, Herr, dann wisst ihr sicher nicht, wer oder was ich bin. Ihr könnt die Scherade nicht ewig aufrechterhalten. Irgendwann wird die Maske zerbröckeln. Oder weggerissen werden. Wen die Engländer sich zum Feind nehmen, muss euch nur interessieren. Schotte, wenn ihr es wollt. Jedes Leben geht uns etwas an. Ja, aber was hat die denn jetzt genau Schlimmes gemacht? Also, die ist eine Französin in einem englischen Lager und die wissen das nicht. Wolltet ihr die alle umbringen, oder was? Oder ist es einfach nur, dass sie die Belogen hat? Wäre jetzt wichtig zu wissen, wenn wir gleich über ihr Schicksal entscheiden. Nur so. Verzeiht mir, leider muss ich euch weiter zu eurem Mann befragen. Thomas hatte böse Träume, nicht wahr? Ich möchte nicht darüber sprechen. Und ich bin sehr gut darin, nicht zu sprechen. Wie man hört, starb er einen grausamen Tod. Verzeiht mir, aber der Schmerz, die Angst, diese Gefühle sind doch sicher noch nicht fort. Natürlich sind diese Gefühle noch da. Ich liebte ihn und er starb, aber er ist fort und ich bin noch hier. Klarheit kann schmerzhaft sein. Wir widerstehen ihr. Mach es ihr ganz deutlich. Soweit ich weiß, litt er unter schrecklichen Albträumen. Habt ihr Hilfe gesucht? Vielleicht bei einem Arzt? Natürlich haben wir das. Niemand half uns. Niemand konnte helfen. Vielleicht wünschtet ihr euch einen Verbanner. Vielleicht. Aber wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. Okay, wie krank ist dieser Spruch. Aber wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. Das ist crazy. Ich kann euch die Wahrheit sagen, aber könnt ihr sie auch akzeptieren? Ihr schlaft kaum. Ihr wacht erschöpft auf. Ihr fühlt euch ausgelaugt, aber ihr gebt der Zeit. Trauer über euren Verlust und der Angst vor der Entlarvung die Schuld. Was wisst ihr schon über mich und mein Leben? Ich weiß, dass ihr eine Spionin seid und dass euer Mann euch sehr geliebt hat. Er hat euren Geheimtext gefunden. Es ist sein Geist, der Botschaften auf euren Wänden hinterlässt. Hier gibt es keinen Geist. Was führt ihr im Schilde? Mann, die soll jetzt einfach mal hier sagen, was auch abgeht. Zwar mag Thomas euch wirklich beschützen wollen, aber seine Anwesenheit bringt euch in Gefahr. Er dachte, ich wäre eine Bedrohung für euch. Er hat versucht, mich zu verjagen. Er liebt euch sehr. Deshalb wird er euch nicht allein lassen. Ist er hier? Ist... Ist Thomas hier? Das ist er. Er will, dass ihr New Eden verlasst und der Gefahr entkommt. Ich habe hier Arbeit. Wichtige Arbeit. Euer König schert sich einen Dreck um New Eden. Der Krieg wird woanders geführt und wird mit oder ohne euch weitergehen. Prudence? Thomas? Es ist soweit. Ja, wofür sollen wir denn Prudence Schuld zuweisen? Ich check das gar nicht. Anscheinend war sie irgendwie eine Art Spionin oder so. Aber hat sie irgendwen umgebracht oder wollte irgendwen umbringen? Wollte sie irgendwen verraten oder sagen, hier, da ist das englische Lager, lass die mal alle killen? Ich finde die Frau unsympathisch. Ich auch, obwohl... Aber ich möchte irgendwie noch einen guten Grund haben, ihr die Schuld zuzuweisen. Weil immerhin werden wir sie dann erledigen. Wisst ihr? Wir werden sie dann ein bisschen erledigen. Und ich würde dann schon gerne... Er sagt, dass es einfache Entscheidungen sein sollen. Ja, aber ich würde es gerne verstehen. Und ihr müsst es jetzt hier entscheiden, Leute. Ihr habt eindeutig entschieden, wir werden Prudence opfern. Prudence, wärst du ein bisschen freundlicher gewesen, ein bisschen netter. Hättest du ein bisschen ehrlicher mit uns gesprochen, und dann hätten wir dich ja vielleicht verschont. Aber jetzt war das hier wirklich eigentlich fast einstimmig, dass du jetzt leider von uns gehen musst. Es tut mir auch wirklich leid. Thomas möchte, dass ihr wahrhaftig lebt. Und zwar weit weg von New Eden. Weit weg von den Engländern. Nach seinem Tod blieb er in der Nähe und versuchte, euch zu ändern. Aber ihr habt nicht auf ihn gehört. Ach, er hat versucht, sich zu ändern. Dann hoffe ich auch, dass ihr versteht. Okay, dann ist er okay, glaube ich. Können wir das vielleicht nicht so brutal machen oder so? Äh, ja, RIP. Tschüss, Thomas. West in Peace und, äh, Prudence. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das war nicht einfach. Ich denke, dass ich genauso gehandelt hätte. Solange ich atme, werde ich alles tun, um dich zu beschützen. Jetzt sagt sowas nicht. Er kann doch jetzt nicht sagen, sie hätten das Gleiche getan wie die. Aber jetzt sollen wir auf die Rückkehr von der Schwester warten, von Sikins und resten. Ja, okay, dann... Ach, wir sollen hier darauf warten. Aber wie sollen wir denn hier auf die warten? Uns hier ein bisschen hinchillen oder was? Wir ruhen uns mal aus. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, wir schlafen richtig. Kate war hier. Thick Skin ist zurück und will dich sehen. Okay. Ungespannt. Warum hat sie mich nicht aufgeweckt? Vielleicht hatte sie keine Lust, den Boten zu spielen. Vielleicht wollte sie auch nur, dass du zu spät kommst. Sie war irritiert. Thick Skins Rückkehr stößt ihr übel auf. Kate erinnert mich an meine Schwester. Er hatte eine Schwester oder hat? Eva. Der kleine Hitzkopf des Clan McRaeve. Sie klebte entweder immer an mir oder machte Vaters Wachen das Leben schwer. Sie war so klein, aber so stark. Was? Große Männer in schwerer Rüstung haben mir keine Angst gemacht. Sie war klüger als ich. Und gerissen. Bei unseren Übungsduellen hat sie mich jedes Mal geschlagen. Sie wäre eine ausgezeichnete Schwertkämpferin geworden, wäre sie nicht zu jung gestorben. Oh, nie. Irgendwann würde ich meinen Bruder und meine Schwester gerne kennenlernen. Bitte was? Bruder und Schwester? Zwillinge. Meine Mutter schreibt, dass sie jetzt acht Jahre alt sind. Das hast du mir nie erzählt. Du hast nie gefragt. Ja, okay, chillig. Äh, du hast nie gefragt so. Ja, wie, du, äh, du weißt nicht, dass ich Kinder habe. Du hast ja nie gefragt. Natürlich. Also, in dem Fall sind sie nicht Kinder, aber Geschwister. Ich wollte es noch ein bisschen drastischer darstellen. Was ist das denn für eine Aussage? Total aufdringlich zu fragen, dass sie wieder eine Geschwister heißen, die schon acht Jahre alt sind. Wer weiß, wie lange wir schon zusammen sind. Ich wusste gar nicht, dass dir deine Familie Briefe schickt. Meine Mutter schreibt mir einmal im Jahr. Es dauert Monate, bis mich einer erreicht, wenn er mich überhaupt erreicht. Bis zu diesem Moment habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Die Duartes haben drei Kinder in diese Welt gesetzt. Gott sei uns gnädig. Kluger Junge. Da du jetzt bis drei zählen kannst, können wir uns nun der Vier widmen. Ich hoffe, die Zwillinge sind charmanter als du. Okay. Ja. Habe ich schon erwähnt, das Thick Skin, auf der ich wartet. Thick Skin. Habe ich schon erwähnt, das ist falsch gesagt. Oh. Geschwisterstreit. Seht an. Der halbherzige Erlöser, der uns zu retten ersucht. Ihr möget eintreten, o großer Heiland. Okay. Wollte ich jetzt nicht hören, wie der am Schlürfen ist. Ah, muss das? Ach, die kannten wir doch, ne? Entschuldigt, meine Schwester. Es wäre ein Fehler, sie zu unterschätzen. Sie ist zäher als ihr. Ihr seid am Leben. Ja, die haben wir doch in New Eden getroffen. Um es kurz zu machen. In eurem Haupthaus trieb ein wütender Geist ein Unwesen. Es war hart. Ich fiel ins Meer und her starb. Euer Verlust schmerzt uns. Aber ein guter Jäger sollte wissen, wann er zum Gejagten wird. Gibt es Neues aus New Eden Town? Als ihr zum Haupthaus seid, habe ich meine Schäfchen versammelt, dann zogen wir los. Seitdem nichts mehr. Euer Vertrauen in uns erquickt mein Herz. War mein Misstrauen etwa unbegründet? Aber die Leute hier glauben nach wie vor an euch. Was ist aus denen geworden, die geblieben sind? Tot. Oder so gut wie. Und ich bin nicht verrückt oder töricht genug, das herauszufinden. Sie hält dich also für einen Wahnsinnigen oder einen Tor? Vielleicht bin ich beides. Prallt nicht damit. Es gibt mehr als genug törichte Verrückte hier. Was ist mit den vermissten Siedlern? Was soll mit ihnen sein? Kate meinte, sie wären verschwunden, bevor sie das Lager erreicht hätten. Könnten sie draußen im Wald überlebt haben? Das ist ausgeschlossen. Ansonsten wären sie schon lange hier. Die armen Schweine sind längst tot. Wie sieht die Zukunft für euch aus? Für das Lager? Für die Menschen hier? Wir wollten die Berge überqueren, aber die Kälte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fürs Erste bleiben wir hier. Bis zu besserem Wetter? Besserem Wetter und weniger Furcht. Sie müssen die Sonne wieder auf ihrem Gesicht spüren und das Feuer in ihrem Herzen. Ein Feuer wird in der Dunkelheit entfacht. Die Sonne geht auf, wenn die Nacht vorbei ist. Er hat mich nicht hergebeten, damit ich euch beim Suppe schlürfen zusehe. Was wollt ihr? Kate sagt, ihr habt Mummen. Das kann ich gebrauchen. Ich hätte einen Auftrag für euch. Etwas Wichtiges muss getan werden und ich soll es tun? Kein Wunder, dass eure Schwester stinksauer ist. Kate mag davon träumen, sie hätte so ein dickes Fell wie ich. Aber Träume sind Schäume. Kate wirkt ziemlich zäh auf mich. Ihre Gefühle verraten sie. Sie muss noch viel lernen. Sprecht frei heraus. Was soll ich für euch tun? Verbannt einen Geist, der nicht existiert. Die Leute hier glauben an Monster. Ihre Furcht macht sich schwach. Tötet die Bestie. Tötet ihre Furcht, dann kehrt ihre Stärke zurück. Furcht kann was Gutes sein. Wir haben nicht viel, aber eine Flinte mit Schießpulver und Munition. Ja, endlich! Das wollte ich. Ihr wisst, dass der Fluch real ist. Warum also nicht auch die Bestie? Ach, die Bestie. Vermutlich ein Bär, vielleicht ein Wolf. Ein Hirngespinst, sonst nichts. Warum erlegt ihr sie nicht selbst? Weil sie nur glauben, das Monster sei tot, wenn ein Verbanner es getötet hat. Es ist ehrliche Arbeit. Ihr bezahlt mich natürlich. Ich werde euch bezahlen. Ihr habt mein Wort. Ich bin gespannt, wie das endet. Ich jage die Bestie für euch. Egal, was sie sein mag. Sofern ihr mir eine kleine Frage beantwortet. Gut, schießt los. Woher dieser Name? Niemand nennt seine Tochter Thickskin. Mein Geburtsname bleibt besser vergessen. Thickskin ist viel passender. Na dann. In der Wildnis draußen tragen wir Musketen. Und wir haben das hier. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Und die Flinte? Meine Schwester braucht ihre Flinte nicht. Ihr müsst sie ihr nur abnehmen. Das wird Kate sicher freuen. Kate wird wütend sein. Das wird Funken schlagen. Yep. Denkst du, Kate lässt sich von Gefühlen leiten? Warte ab, was sie sagt, wenn du sie um die Muskete bittest. Mal sehen, ob ich mich irre. Habt ihr nichts besseres zu tun? Los, erlöst uns von der Bestie. Erledigt die Drecksarbeit für meine Schwester. Ich brauch eine Muskete. Thickskin sagte, ich kann eure haben. Vorher verrottet ihr in der Hölle zusammen mit ihr. Könnte amüsant werden. Die Bestie zu erlegen ist für alle von Vorteil. Eure Schwester will euch nur beschützen. Sie will mich hier gefangen halten. Sie weiß, dass ich das Lager nicht unbewaffnet verlassen kann. Sie will, dass ich meine Freiheit aufgebe und sie euch in die Hand drücke? Niemals. Hinter all der Wut verwirkt sich Schmerz. So wirst du ihr Temperament sicher nicht zögeln. Ihr solltet euch an euch selbst messen und nicht nach der Anerkennung eurer Schwester gieren. Scheiß da, eure Schwester. Ich leiste hier Großes, aber meine sturköpfige Schwester sieht es nicht. Ja, dann scheiß drauf. Für Thickskin zählt nur Kraft. Die Starken werden überleben und die Schwachen sterben. Sie hat euch ausgewählt, die Bestie zu jagen mit meiner Muskete. Das sagt doch alles darüber, was sie von mir hält. Ich glaub, ähm... Die Schwester ist einfach irgendwie ein bisschen starrsinnig, aber ich glaub, die hält mehr von ihr, als sie zugibt. Ihr bekommt eure Flinte zurück. Versprochen. Ihr werdet das nie ohne eine Flinte bis nach New Edentown schaffen. Das wissen wir beide. Es tut mir leid. Ich wünschte, es ginge anders. Ich auch. Schotte. Ihr könnt die Flinte haben. Und jetzt seid so nett und lasst mich in Frieden. Aber Dankeschön. Tipp erhalten. Oh. Intentionen haben wir hier. Oh mein Gott. Wir müssen hier entscheiden. Und nein, das ist eine Spukgeschichte. Oh mein Gott. Wir müssen zwischen der Bestie und den Schwestern entscheiden. Und hier sehen wir immer ihre Intentionen. Ach, das müssen wir vielleicht auch mal öfters uns angucken. Weil wir, äh... Wir sprechen ja immer alles. Das heißt, wir erhalten auch immer alle Tipps. Die Flinte ist ein bisschen abgenutzt. Funktioniert aber. Im Gegensatz zu anderen feuert sie nicht verfrüht ab. Ich werde mich gut um sie kümmern. Und sie sich sicherlich auch um mich. Ja gut, dann geht's weiter, würde ich sagen. Je besser ich Thickskin kennenlerne, desto mehr mag ich sie. Liegt es etwa an ihrer freundlichen Art? Manche würden sie skrupellos nennen. Ist das schlecht von ihr? Das Leben kann grausam sein. Vielleicht hat sie recht, sich diese Grausamkeit zu eigen zu machen. Ja, keine Ahnung. Man kann es aber auch ohne Grausamkeit, äh, lösen. Und ohne Grausamkeit bestehen. Ihr seid also doch noch vom Baum geklettert. Ja, aber euch brauche ich dafür nicht zu danken. Wer heißt der Junge? Beloved Scudder, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Hallo. Ich sehe, ihr habt euch eine Flinte besorgt. Kate hat sie mir belassen. Ihr wisst, dass ich das überprüfen werde. Wie stehen die Dinge? Ohne einen rumschnüffelnden Schotten würde es mir hier viel besser gefallen. Nerviger. Würdet ihr die Brücke für mich herunterlassen? Wenn Kate euch ihre Flinte gegeben hat, dann spricht wohl nichts dagegen. Aber ich würde euch davon abraten. In den Wäldern geschehen schlimme Dinge. Nur Thickskin kann sie gefahrlos durchstreifen. Ihr durchstreift die Wälder doch mit Kate, nicht? Manchmal, aber es ist keine Freude. Kate hat eine kurze Zündschnur, wenn sie mal den Mund aufmacht. Angeblich ist ihr Herz gebrochen und ist nie verheilt. Danke für eure Zeit, Scudder. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, Mr. McRaeve. Falls ihr überlebt. Dann lass mal runter, das Teil. Oh ja, hier geht es ein bisschen runter. Kann man hier nicht irgendwie ein Geländer anbringen? Hinter Kate die Kratzbürste verbirgt sich eine junge Frau mit gebrochenem Herzen. Wer verletzt wurde, tut auch anderen weh. Kommt oft vor. Vielleicht kann sie ihren Frieden finden, wenn das alles vorbei ist. Ich bin gespannt. Und was da noch irgendwie hinter steckt will, anscheinend geht es da jetzt echt extrem um Sixkin und Kate. Und dass da irgendwie was vorgefallen ist und einer anscheinend nicht so ihr wahres Gesicht zeigt. Keine Ahnung, werden wir bestimmt noch herausfinden. Okay, wir sind jetzt im düsteren Hain. Im düsteren Wald verlassen. Ein Ziel für dein neues Spielzeug. Zehn genehen, dass du besser reden als schießen kannst. Ein Glückstreffer. Ich bin eben ein Glückspilz und ein ausgezeichneter Schütze. Beides ist die Wahrheit. Yo, jetzt können wir hier echt Sachen abknallen. Das ist ganz cool. Okay, hier gibt es einen Fight. Die müssen wir unsere Waffe austesten. Wo finden wir nun diese Bestie? Ich vermute mal nicht weit von den verschwundenen Siedlern entfernt. Boah, dann gibt es jetzt bald den ersten Kampf, ne? Das ist uns hoffentlich allen hier bewusst. Okay. Wunderbar, noch mehr Spaß. Themen. Er sucht sich eine Hülle. Achso. Ein ganz schön luftiger Erdrutsch. Kein Weg hinein oder hinaus. Warum erschreckt sie so? Ja, kein Weg hinein, damit wir jetzt hier kämpfen müssen und eingesperrt sind, oder was? Eine Mine. Eine alte, verlassene Mine. Einfach wunderbar. Und durch die müssen wir hindurch. Der Balken hängt wortwörtlich am seidenen Faden. 20 Geh nähen, dass du nicht auf Anhieb triffst. Siehst du? Ganz einfach. Haha. Nicht so einfach, wenn sich das Ziel wehrt. Nein. Da kommt man her. Wo? Der Schemen sucht nach einem Kopf. Nein. Na dann, rein in die gute Stube. Ich liebe so alte unterirdische Orte. Ich nicht. Schloss Hauska hätte mich beinahe ein Auge gekostet. Wollte gerade sagen, also ich... Den Keller zu erforschen war deine Idee. Schon vergessen? Hier gibt es verschiedene Wege. Sonnenlicht voraus. Na los, lass uns gehen. Okay, was... Also gleich kommt irgendwann die Bestie und ich bin nicht bereit, glaube ich. Glaubst du, hier spukt es? Das wäre eine schöne Abwechslung. Du bist doch selber ein Geist, Antea. Also schon allein wegen dir spukt es. Scheint festzustecken. Und da oben kommen wir rum. Können wir hier irgendwas abschießen? Ja! Oh mein Gott! Strong! Ja, im Kampf können wir... Also für den Kampf ist es überhaupt nicht geeignet. Die Flinte. Weil die 100 Jahre braucht, bist du die... Oh shit! Wunderbar! Noch mehr Spaß! Wie? Eine wertvolle Kiste? Geht, ne? Oh! Ähm... Oh, können wir uns da draufstellen? Das wäre ja perfekt. Ja! Wir sind es einfach, Leute. Wir sind es einfach. Tagebuch des Vorarbeiters. Die Männer sind wütend und voller Zorn. Sie beschweren sich über Schmerzen und Pein, obwohl erst ein paar Stunden vergangen sind. Die frommen Bürger in der Stadt nennen die Minen finster und beziehen sich damit sicher nicht nur auf den Mangel an Licht. Ich glaube, sie haben Angst vor... Freund kämpft gegen Freund. Die Männer sind verletzt, einige davon schwer. Es wurden Fehler gemacht. Wir verlieren jeden Tag einen Mann durch einen Unfall. Und wenn es kein Unfall war, will ich den wahren Grund lieber nicht wissen. Und begraben ihn an Ort und Stelle. So kann das nicht weitergehen, sonst... Katastrophe. Ich schreibe diese Nachricht in flackerndem Licht unserer letzten Lampe. Die Mine wurde versiegelt. Ob durch menschliches Versagen oder einen Materialfehler oder beides, vermag ich nicht zu sagen. Aber Tatsache ist, dass wir hier feststecken. Diese Mine wird unser aller Grab sein. Ja, darum können wir gleich. Aber ich sammle nochmal eben kurz erst. Oh, ha! Das Monster. Oh Gott. Wow! Vorsicht! Dann können wir jetzt gehen. Weiß nicht, wofür das jetzt hier noch so... Ich bin froh, dass du mich durch die Luft wirbelst. Dann weiter so. Seltsame Spuren. Irgendwas kam hier lang. Oh Gott, das ist das... Die Bestie, Leute! Die Bestie! Schlägt zu! Shit. Scheiße. Das ist übel. Das ist sehr übel. Ah, das haben wir doch schon besprochen. Kannst du die verschlossene Tür umgehen? Woher soll ich denn das wissen? Ja, von oben kann ich die umgehen. Andersrum müssen wir dann... Red, komm her und schau dir das an. Sie ist hier eingedrungen. Hat die Wölfe niedergemetzelt. Und sie ausgewandelt. Es sieht richtig brutal aus. Wenn die Bestie das war, dann muss sie verdammt groß sein. Wenn das die Bestie war, muss sie einen Körper haben. Oh, wird das jetzt der Kampf... Nicht einmal die Welten haben überlebt. Was könnte das getan haben? Rache. Fleisch gewordene Rache. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, wer stirbt? Es stirbt niemand, es stirbt niemand. No! Gänse out. Was immer die Wölfe abgeschlachtet hat, sprach mit vielen Stimmen. Mehrere Geister in einem geborgten Körper. Könnte es sich um eine Geißel handeln? Ja, eine Geißel. Mächtig und äußerst wütend. Ja, es ist soweit. Keine Angst, Nase. Okay, fangen wir erstmal harmlos an, oder was? Naja, was heißt harmlos? Aber das ist noch nicht die Hauptattraktion, die uns hier erwartet. Das war knapper, als es mir lieb war. Das Geheul. Wie unzählige Seelen, die alle im Gleichklang schreien. Ich dachte, Geißeln wären sehr selten. Hattest du's schon mal mit einer zu tun? Einmal, ja. Ein Handelsschiff nach Bordeaux sank in einem Unwetter. Die Sklaven kehrten als Geißel zurück. Um sie zu verbannen, stellte ich 50 Pfund Bannpulver her und schoss es mit einer Kanone ab. Da hatte sie bereits den Kapitän ermordet. Und die Hälfte der Besatzung und den Besitzer des Schiffs. Eine echte Tragödie. So, nämlich. Dafür ist die Flinte ganz gut. An den komm ich nicht ran. Oh, die sind stark. Oh, ich muss mich kurz heilen. Vom Ding. Vom Ding ist das hier gerade ein bisschen dangerous. Die sind ein bisschen gefährlich vom Ding. Hallo. Ja, was soll ich machen hier? Das ist nicht so chillig hier gerade. Ja, immer wenn ich abhauen will, stecke ich fest. Mir geht's nicht so gut. Ich sterbe gleich. Das wird mein erster Tod jetzt. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Mein erster Tod. Oh, jetzt ist war ich schon mal stärker. Ja, hab ich verstanden. Mein Gott. Okay, da waren wir schon besser jetzt. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie mehr Leben oder so. Also ich muss echt noch ein bisschen leveln. Sieh mal einer an. Eine Leiche. Und hier sind Bissspuren. Er lässt sich vom Tod nicht wirklich beeindrucken, oder? Schementyp. Du kannst herausfinden, welcher Typ Schemen von einem Leichnam Besitz ergriffen hat, indem du dir das Symbol ansiehst, das über diesem angezeigt wird. Der besessene Leichnam verfügt nicht über seine eigenen Fähigkeiten, sondern übernimmt auch die Fähigkeiten des jeweiligen Schemens. Das kann ich mir im Kampf eh nicht merken. Ja, was soll ich machen? Du bist ja witzig. Was willst du? Tschüss. Samuel, weißt du das nochmal? Sicher. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Und die Pfeife haben wir. Da geht jemand recht großzügig mit seinen Pfeifen um. Achso, es gibt mehrere. Diesem armen Pfeifel haben sie nichts genutzt. Wenn dieser Dunen die vermisste Gruppe beschützen sollte, dann will ich nicht wissen, was ihnen zugestoßen ist. Eine andere Strategie will sie. Hör ihr doch mal zu. Muss ich meinen Schlachtplan wohl noch ein bisschen ausarbeiten? Nikola Stolans Tagebuch. Ich, Nikola Stolans, scheine mich verirrt zu haben. Es ist ein seltsames Gefühl. Sixkin sollte hier sein, aber es gibt keine Spur von ihr. Vielleicht haben wir den falschen Weg eingeschlagen und sind auf dem Pfad des Teufels ins finstere Hinterland, weit weg vom Grenzgebiet. Aber das glaube ich nicht. Mein Instinct sagt mir, dass wir nah am Treffpunkt sind. Ganz nah. Aber die Wölfe sind näher und ich muss mich ausruhen. Ja, du kannst jetzt lange ausruhen. Also so ewig vom Ding. Es war vernünftig, die Gruppe zu teilen. Je größer der Trupp, desto langsamer kommt man vorwärts. Wir in den Highlands hätten uns nie von den Engländern spalten lassen. Das sind Zivilisten. Nicht jeder kann sich um sich selbst kümmern. Ja, so viel steht fest. Ich warte nur auf so einen größeren Platz und dann weiß ich, geht's los. Hier war jemand vor einiger Zeit. Take heart, the camp lies close north-west. We await you there, Kate. Seiten halb verbrannt. Eigentum von News Smith. Du hast mich dazu angestachelt. Schreib, hast du gesagt. Schreib, Kästchen, um dich von dem zu befreien, das dich stört. Aber die Hand, die den Stachel in mein Herz gerammt hat, kann nicht die Hand sein, die ihm wieder herausreißt. Sieben Jahre sind seit deinem Tod vergangen und der Stachel durchbohrt noch immer mein Herz. Als ein Stachel, den ich mir selbst hineingerammt habe, als ich dich sterben ließ. Oh mein Gott. Du hast mich geliebt. Dessen bin ich mir sicher. Ich dachte, ich hätte dich auch geliebt, aber ich lag falsch. Denn Liebe bedeutet, sich nicht zu schämen, für und füreinander da zu sein. Und beides trifft nicht auf mich zu. Du hättest mich nicht lieben sollen. Ich hab nur Verachtung verdient. Ich bin ein Feigling. Ich bin ein Schwächling. Ich bin eine Nerrin. Ich bin eine Frau ohne Mut. Du, Deborah, warst eine Frau, deren Mut alles übertroffen hat. Das Kates Tagebuch. Ah, Deborah? Kannten wir eine Deborah? Die zweite Gruppe wird nichts mehr eintreffen und dieses Tagebuch ist nur ein klägliches Manifest für die Hoffnung eines törichten Weibes. Ich kann nicht länger hier verweilen. Ich werde nicht mehr schreiben und der Stachel wird bleiben, wo er ist, in meinem Herzen. Diese Höhle hat mir eine Zeit lang als Unterschub verdient, aber jetzt werde ich meine Gefühle hier zu Grabe tragen. Soll das Feuer doch alles verzehren. Okay, Kate hat eine Frau geliebt, die gestorben ist, weil sie hätte sie unter anderem nicht beschützt und war nicht für sie da. Und das kann sie sich jetzt niemals verzeihen. Hier steht, dass Kate eine Frau namens Deborah liebte, sie aber sterben ließ. Die jüngere Newsmith hält nicht viel von sich. Sie musste ihre Liebe wohl gut verbergen. Ich glaube, wir entscheiden zum Teil auch selber so ein bisschen die Intention. Kate wünschte sich, sie wäre mutig genug gewesen, die Frau, die sie einst liebte, zu beschützen. Kate's Head, es wurde eins gebrochen, will beweisen, dass sie so stark ist wie ihre Schwester. Ja, über die wissen wir jetzt schon einiges. Oh mein Gott, dann ist die Bestie die tote Freundin und die ist auf Rache aus. Das ist auf jeden Fall, das ist eine sehr spannende Spukermittlung. Die Newsmith-Schwestern. Sieht fast wie mein Zuhause aus. Wie meinst du das? Mein Elternhaus stand in der Nähe der Zuckermühlen, bevor das Feuer es niedergebrannt hat. Würden sie mich überhaupt wiedererkennen? Oder ich? Wir könnten nach Kuba zurückkehren, wenn das alles vorbei ist. Wir beide, zusammen. Kümmern wir uns zuerst um die Bestie im Wald. Noch mehr Spuren. Unsere Wache. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Okay, einen von denen haben wir zum Glück schon besiegt. Ja, warte für schnell! Okay, was haben wir hier? An dem Altar haftete er Sins. Sie ist jetzt in mir. Oh, ist doch gut, oder? Ich nehme an, das ist was Gutes. Alles in Ordnung? Ja. Ich fühle mich beliebt. Der Stoff kommt mir bekannt vor. In Duelands Sachen waren Fetzen davon. Sie sollten zweifellos den Weg zum Lager markieren. Du bist in Schuss Reichweite, Red. Ja, was soll ich dir denn sagen, Anthea? Was willst du von mir hören? Die sagt immer so Sachen, als wäre das hier irgendwie so easy und sie könnte mir damit irgendwelche Tipps geben. Was schnell? Was war das wieder für eine Anweisung? Anthea, du musst das Geistersein noch irgendwie ein bisschen üben, glaube ich. Aha! Werden wir uns gleich hier mal angucken. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Geister sind Geflechte von Erinnerungen und Gefühlen die Summe eines Lebens, das vorüber ist. Ja, und wenn die halt irgendwie enttäuscht wurden in dem echten Leben, dann nehmen die die Trauer und die Ängste halt auch mit als Geister. Das ist halt natürlich dann die Belastung. Geister können ihre Bindung verlieren, aber dann noch verweilen. Und das sind Schämen. Ah, okay. Ja, macht's auch Sinn. Schämen sind selten zufrieden, getrieben von Zorn, Vergeltung, Eifersucht, Hass. Ja. Sie wissen nicht mehr, wer ihnen Unrecht getan hat und es ist ihnen auch egal. Ihr Verlangen nach der Wärme der Lebenden kann nicht befriedigt, die durchs nicht gestillt werden. Die vermissten Siedler. Oder was die Bestie von ihnen übrig gelassen hat. Mein Gott. Die Lage war hoffnungslos. Hier gibt es keinen Gott. Okay, Gänsehaut. Wir sind gestern in New Eden aufgebrochen. Anscheinend wollen wir ein neues Lager im Wald aufschlagen oder sowas in der Art. Ich wäre gerne in New Eden Town geblieben. Das Wandern durch den Wald missfällt mir. Mir ist kalt, ich habe Hunger und bin müde. Meine Tasche wiegt schwer und Mutter will sie nicht für mich tragen. Noch nicht einmal für eine kurze Weile. Sie glaubt, in diesem Lager würden sich viele Möglichkeiten für uns ergeben, dass ich mein Meckern aufhören solle. Sie meint, ich könne Jägerin oder Trapperin werden. Bring Fleisch zum Abendbrot nach Hause. Ich wollte nie gehen. Niemand hat mich gefragt. Es fragt mich allgemein niemand, was ich will. Egal, um was es geht. Sad Times. Liebster Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Auch wir haben nun doch New Eden Town verlassen. Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste angeführt von den Newsmith-Schwestern, die zweite von Nicholas Dolan und den Helden, die unsere Kinder vor dem Flug gerettet haben. Möge Gott sie beide segnen. Wir haben uns Dolan angeschlossen und der Start der Expedition ist relativ reibungslos verlaufen, bis uns der Regen kalt erwischt hat. Seit zwei Tagen nun schon tropft es von oben herab und die Luft wird immer schwerer. Vor allem ist... Ich habe Angst vor Gewitter. Der Wind ist stärker geworden und der Himmel, der bereits von den Bäumen verdunkelt worden war, ist nun gar nicht mehr zu sehen. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat sich einer aus der Gruppe verletzt. Sie ist auf einer Wurzel ausgerutscht und hat sich den Knöchel verdreht. Deshalb muss ich nur in ihre Tasche schleppen, während ein anderer sie tragen muss. Ich hoffe, wir kommen bald an unserem Ziel an. Ich könnte den ganzen Ochsen verdrücken. Wir haben gerade erst Brot gebrochen, Emily. Ein hartes Stück Brot und stinkender Käse sind keine Mahlzeit, liebste Schwester. Hey, Samuel! Wann halten wir das nächste Mal an? Lass dein Gemeckere und schieb den Karren. Wir sind da, wenn wir da sind. Ein Echo der zweiten Gruppe. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanne. Wo wird unsere Liebe immer wehren? Doch ich leide meine Liebeswunden schweren. Ich hasse dich. Oh nein! Michael! Michael! Jackson! Es ging ruhiger zu Ende, als ich dachte. Es ging schnell vorbei. Joa. Mutters, Silberspiegel, Kamm, Familienporträt, Bibelmantel, Denken, Schuhe, Socken, Kleidung. Okay. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanne. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Ah, jetzt können wir es abschießen. Spuren der Erinnerung eines Geists befinden sich an diesem Ort. Okay, wir wissen Bescheid. Danke. Wollte gerade sagen, mir auch, ja. Das musst du dir ansehen. Stimmt, du Drecksau. Du Drecksau, du! Ich weiß gar nicht, warum wir da immer so stundenlang zuhören. Finde ich das irgendwie beruhigend, oder? Tote Wölfe, zermalmte Knochen und zerfetztes Fleisch. Ja. Hat uns jemand ein Lagerfeuer hinterlassen? Wer denn? Kinder schlafen. Wir fürchten uns davor, wie still das Haus sein wird, wenn die Kinder erst weg sind. Gouverneur Husky in seiner Weisheit wird die Kleinen zu Freunden und Familien in Boston, Concord, Charleston und sonst wo schicken, wo sie in Sicherheit sein werden, bis wir den Teufel wieder in die Wildnis gejagt haben. Jägerin Sixkin wird sie führen, zusammen mit Nicholas Dole. Oh nein, da sind Kinder beigewiesen. Im Haus hält stille. Mein Ehemann hat einmal mehr zu den Waffen gegriffen. Die kleinen Bettchen sind leer. Die Kinder werden heute auf ihrem Weg in die Sicherheit unter freiem Himmel nächtigen, während Sixkin, Newsmith und Nicholas Dole hinüber sie wachen. In der ersten Nacht konnte ich schlafen und habe von Wölfen und Bären und von Schlimmern geträumt und von schreienden Kindern. Oh mein Gott, ja. Ich habe von der Hölle geträumt, von Peter und Mary, wie sie tot im Matsch liegen. Oh mein Gott. Sixkin ist zurück, habe ich sie rufen gehört. Wir sind sofort raus, ist im Haus gerannt und haben uns um Sixkin und Dolan versammelt, welcher mit einem Lächeln auf die Lippen die frohe Kunde verbreitete. Die Kinder sind in Sicherheit? Ah, okay, dann war das halt noch davor, bevor das hier passiert ist. Immerhin. Oh, da haben die die angelogen, damit die sich nicht so schlecht fühlen. Ich bin mir gerade... Obwohl, ne, Dolan ist ja hier mit untergegangen. Eww. Eine Hundepfeife. Okay, jetzt haben wir bei... Iris! Oh, Erinnerungen. Dein Vater ist verletzt und kann nicht mehr laufen. Wir müssen rasten und die Wunde versorgen. Wir müssen Unterschlupf finden. Die kalte Nacht bringt uns alle um. Feuer lockt die Wölfe an. Genau wie diese verfluchte Pfeife. Die Wölfe sind bereits leer. Und wo bleibt Nicholas mit Hilfe aus Sixkins Lager? Wo bleibt unsere Erlösung? Wir rufen noch einmal um Hilfe. Sixkin wird kommen. Sie hat es geschworen. Ja, vielleicht ist es dann doch nicht so vertrauenswürdig. Hilfe wird kommen. Hilfe wird kommen. Ich weiß es. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Die Jägerin hat uns getötet. Verrotte in der Hölle. Sixkin News, man. Verrotte in der Hölle. Okay. Neue Entwicklung hier. Oh Gott, ist das jetzt hier unser Endgegner? Oder? Nee, noch nicht, ne? Siege acht Gegner in einer einzigen Begegnung, ohne getroffen zu werden. Diese Leute hatten keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Sie hat sie belogen, zu ihrem eigenen Schutz. Okay. Wie kannst du das nur rechtfertigen? Ich rechtfertige gar nichts, aber ich kann es nachvollziehen. Weiß ich nicht. Also, wir fassen zusammen. Sixkin, also die eine Schwester, hat die Leute also wissentlich alleingelassen, weil sie wusste, die sterben. Und dann werden die Wölfe abgelenkt von denen. Weil die hat denen eine Pfeife mitgegeben, die die Wölfe anlockt. Okay, also wir hätten jetzt auf jeden Fall einen Grund, Sixkin auszuliefern und ihr Schuld zuzuweisen. Weil ich finde, das geht gar nicht. Also es ist die eine Sache, sich selbst zu schützen, aber es ist die andere Sache, andere dafür eine Falle zu locken. Ja, es war eine Anführerin, aber was für eine, ne? Die zweite Gruppe ist auf furchtbare Weise gestorben. Aber nicht durch die Geißel. Und doch muss es eine Verbindung geben. Diese Krallenspuren sind kleiner als die, die wir zuvor gefunden haben. Oh Gott, gibt es mehrere von diesen Bestien, oder? Die Spuren beginnen bei der Expedition und werden im Laufe des Wegs immer größer. Die umliegenden Bäume wurden von einer großen Kraft angezogen. Die Bestie hat sich aus den Schemen der toten Siedler gebildet. Ah, okay, das sind also alle Siedler. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr böse, weil die wurden ja alle sehr enttäuscht. Die Geißel wird verdammt groß sein. Die armen Leute mussten hilflos sterben, voller Wut. Jo, das wird belastend werden. Die haben Wut in sich, das glaubt ihr nicht. Die kriegen wir jetzt ab. Wir sind ja eigentlich hier die Retter von allen. Oh Gott, da ist die Arena. Bist du bereit für das Ritual? Nee. Zum Erscheinen zwingen. Geißel beschwören. Ah, okay. Wahrscheinlich dann doch das. Weil die jetzt Geißel von dem Vieh sind. Versuchen wir das dann nochmal. Ja, ich glaub, das ist es. Ja, ich glaub, das ist es. Nein, wir sind nicht der Verräter. Entschuldigung, hallo. Komm raus, wo immer du bist. Na los, zeig dich. Es steht hinter mir, oder? Ja. Oh Gott. Chillig. Ähm. Süß. Ein Schusshündchen, würd ich sagen. Du bist auf jeden Fall zu groß, um ein Wolf zu sein. Eine Geißel. Gestalt gewordene, mörderische Boot. Wir wollen dir kein Leid zufügen. Wir wissen über die Wolfspfeife Bescheid. Die Pfeifen, die dir Fickskin gegeben hat. Oh, scheiße. Ähm. Okay, wir müssen immer verschwinden zwischendurch. Das ist sehr wichtig, dass wir uns nicht treffen lassen. Oh Gott, wir waren halt gefühlt null Schaden. Das ist so krass. Du bist nicht gerade flink, was? Oh, guten Schaden, guten Schaden. Weg, 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 weg mit uns. Weg mit uns, weg mit uns. Immer schön weg. Immer schön weg. Immer schön Abstand. Immer schön Abstand. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir wahren unseren Abstand, Abstand, Abstand. Achso, müssen wir jetzt auf das Vieh schießen, oder was? Ja, jetzt, in den Situationen müssen wir draufballern. Ah, wir müssen auf die Stellen, die leuchten. Nur auf die Stellen, die leuchten, bringt was. Immer schön auf die Schnauze und die Einzelteile im Zweifel. Okay, eins von drei haben wir. Streicheln probieren. Da ist jetzt jemand wieder wütend geworden. Oh, jetzt natürlich kommen hier noch Freunde von denen. Schmor selber! Okay, der Arm leuchtet halt gerade die ganze Zeit. Du musst jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit den Arm treffen. Beziehungsweise, es ist kein krasser Arm. Ja, ich tue es doch. Willst du mich verarschen? Darum hat das nichts ge... Räuchte uns! Verräte dich! Räuchte uns! Räuchte uns! Okay, jetzt müssen wir den letzten Arm, oder... Was ist jetzt, Bein? Links hinten, okay. Du sollst du sein, Craig, denn du hast mich verlassen. Ich verfluche dich! Ich verfluche dich, Craig! Ich verfluche... Oh, ich! Oh, ich! Was war das für ein Voice, Craig? Ja, hier eben die Einzelteile hier, Craig. Dreh dich doch nicht so häufig, Kackvieh. Ja, ist mir schon klar! Du bist ja smart! Wow, 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 wow! Es ging jetzt ab. Oh, das war... Das war ein Schmerz. Konzentrier dich auf die Spektralspuren! Ja, mein Gott! Ich muss ja auch überleben. Ähm, Anthea, wir sind nicht so unsterblich grad wie du. Also, unsterblich ist gut. Du bist ja schon tot, aber... Jetzt! Das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Oua. Jetzt! Rauf! Rauf mit uns! Besiege die Bestie! Das müsste doch viel Energie sein. Können wir die Anthea nicht geben? Ähm... Müssen wir jetzt noch gegen die ganzen Schäden kämpfen, oder? Nee. Gute Nacht! Erster Boss-Fight. First Trial, Leute. First Trial. Es hat seinen Verreiter beim Namen genannt. Es war nicht Thickskinned. Es war Kate! Erster Name hat nur einer Stimme gesagt. Mit ihrer Stimme. Der Stimme des Albtraums. Bist du dir sicher? Absolut sicher. In dieser Kreatur verbirgt sich ein Teil meines Mörders. Brenntet uns! Brenntet uns! Wer von beiden war jetzt schuld? Diese Bestie? Wie konntest du mir auf meinen Streifzügen durch den Wald nur entgehen? Weil es nicht euch wollte. Sondern eure Schwester. Ihr bleibt Schotte. Ich kann euch noch gebrauchen. Ihr habt ihnen Hundepfeifen gegeben. Ihr habt sie zum Sterben geschickt. Hätten sie das Zeug dazu gehabt, hätten sie es geschafft. Und ich hätte auch von ihnen Gebrauch gemacht. Die Toten müssen nicht durchgefüttert werden. Die schwachen sterben, damit die starken überleben. Ihr habt sie in eine Falle gelockt. Es war eine Probe. So machen wir das hier. So funktioniert die Welt. Nee. Sorry, da kannst du dich nicht rausreden. Wir werden beobachtet. Von der Schwester. Ich glaube ja, dass das Monster zum Teil Deborah war. Ihre Ex. Also die gestorben ist. Und deswegen hat die Jagd auf Kate gemacht. Zeigt euch! Jetzt bin ich gespannt, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Es entscheidet sich jetzt. Also ich bin definitiv die Bestie. Die verbannen wir nicht. Es wird ein Kampf zwischen der Schwester und ihr. Du trägst keine Waffe? Zurück zum Lager mit dir! All diese langen Jahre. All die langen Jahre wollte ich sein wie du. So stark sein wie du. Ich dachte, wäre ich nur so stark wie meine Schwester, hätte ich sie gerettet. Die Frau, die ich liebte. Ich wollte immer sein wie du. Und jetzt erkenne ich, dass ich das immer war. Kalt, selbstsüchtig, ein Gefühlskrüppel. Und die Frau, die ich liebte, musste dafür sterben. So viele Tote. Du hast sie auf dem Gewissen. So wie ich Deborah auf dem Gewissen habe. Wie ist die denn gestorben? Wir sind derbärmlich. Alles, was ich getan habe, habe ich getan, damit du überlebst. Du bist meine Schwester. Und ich liebe dich. Würdest du mich lieben, wenn ich schwach wäre? Oder würdest du mich auch den Wölfen zum Fraß vorwerfen? Wie kannst du das nur denken? Oh, gib ihr. Also ich finde, es ist total unnötig, dass sie die in den Tod geschickt hat. Also es hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ihr habt ihnen auch noch die letzte Chance geraubt. Ihr habt sie in den Tod geschickt. Sie haben die Pfeifen benutzt. Sie wären nur eine Last gewesen. Was hier passiert ist, war schlimm. Aber es war richtig. Nein. Besser werden einige gerissen, als dass alle verhungern. Auf makabere Art ergibt das Sinn. Nee, finde ich nicht. Da bin ich ganz anderer Meinung. Weil im Endeffekt, ja, vielleicht war das ihr Grund. So von wegen, ja, sie denkt, die müssten sterben, damit die anderen nicht auch angegriffen werden, wo das Lager angegriffen wird. Aber es gibt immer einen Ausweg. Und deswegen bin ich da überhaupt, also, nö, nö, nö. Vertraut ihr eurer Schwester? Könnt ihr euch auf sie verlassen? Habt ihr Angst vor ihr? Sie wedert mich an bis aufs Mark. Und doch ist sie meine Schwester. Und eines kann ich mit Gewissheit sagen. Ohne Fixken News, Miss, würden wir alle verhungern. Was passiert jetzt? Könnt ihr den Leuten wirklich Hoffnung geben? Ich nicht. Ihr. Wenn sie hören, dass der Verbanner die Bestie getötet hat, werden sie vor Hoffnung überschäumen. Wenn wir bei dieser Geschichte bleiben. Die Bestie sprach mit vielen Stimmen. Eine davon haben wir, habe ich, schon einmal gehört. Die Stimme aus der Kirche. Matthias Mörderin. Euch, Kate, warf sie Verrat vor. Was? Ich? Das Ding hat doch gar nichts mit mir zu tun. Ich hinterging niemanden. Ich kannte die Absichten meiner Schwester nicht. Sonst hätte ich sie aufgehalten. Sie spricht die Wahrheit, aber das tat die Bestie auch. Es hat sie nicht grundlos angeklagt. Euer Tagebuch ist nicht vollständig verbrannt. Ihr habt es gelesen? Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt eine Frau gelebt. Sie starb. Ihr tragt die Schuld noch immer mit euch. Ja, doch, das müssen wir aber eigentlich erfahren. Sie hat Angst, Rechenschaft abzulegen. So leicht kommt sie mir nicht davon. Seht euch doch um. Diesen Fluch habt ihr euch selbst auferlegt. Es ist an mir hinzubrechen. Das Herz der älteren Schwester ist vertrocknet. Sie wird niemals Reue verspüren. Lass sie büßen. Sie ist kalt wie Eis. Da ist alles zu spät. Tuschelt ruhig. Ich bereue nichts. Der Fluch traf uns und nur ich erkannte die Bedrohung. Ich habe gehandelt. Und nun bin ich es, der handeln muss. Okay, wir können Sixkin verschonen oder aufopfern. Eine Anführerin oder ein Anführer muss auch Reue verspüren können und sich für ihre Truppe aufopfern. Okay, ihr seid auch für aufopfern. Ja, diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Anthea wiederbelebt werden kann. Ihr habt kaltblütig Unschuldige geopfert, um euer eigenes Überleben zu sichern. Damit dürft ihr nicht davonkommen. Damit Kate wieder ganz werden kann, muss sie sich von ihrer Schwester lösen. Ihr wollt mich also töten? Dann seid ihr genau wie ich. Nur Törichter. Ihr wollt sie töten? Ich möchte sie retten. Ein böser Geist hat sich in Thickskin Newsmith eingenistet. Und ich werde ihn verbannen. In mir wohnt kein böser Geist. Ich habe nichts Falsches getan. Ähm, chill mal. Dämon. Geist. Ungetüm. Ich verbanne dich. Großer Peiniger. Ich verbanne dich. Aber sie hat's nicht anders verdient. Ja, tut mir leid, Kate. Aber da rette ich lieber Anthea. Was soll ich sagen? Mein Name war Rose. Eine Blume, die zum tödlichen Stachel wurde. Aber ich habe die Welt nicht gemacht. Sie machte mich. Ja, aber man trifft trotzdem seine eigenen Entscheidungen. Red. Sie. Ist das Deborah? Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Story will ich auch wissen. Was ist da passiert? Bälle, das Schicksal von Thickskin. Großes Schicksal. Und was ist mit dir? Geht es dir gut? Es ist schon eine Weile her, dass es mir gut ging. Ich habe ein Ziel. Das muss reichen. Das war krass. Das war wirklich, wirklich krass. Ich sagte, ich würde tun, was getan werden muss. Und das tue ich mit Überzeugung. Ja, in der optimalen Welt würde keiner zu Schaden kommen. Aber ich glaube, optimal ist hier schon lange nichts mehr. Und jetzt geht es auch. Ui, was eine Aussicht. Sie nur. Wunderschön. Nein. Sie genauer hin. Oh mein Gott. Was ist da für eine Macht? Tal des Todes ist auch immer ein guter Name für einen gemütlichen idyllischen Ort. Ja. Die sind ja alle nicht so ganz unschuldig. Das macht aber auch Sinn. Da ist auch wieder sowas. Kann ich das abschießen eigentlich? Näh. Okay, dann. Gebar den Fluch. Ein Verrat, der vielleicht Opfer forderte. Liebe zu verlieren verletzt jeden. Kate ist der lebende Beweis dafür. Es ist selten so einfach. Thickskin ist der lebende Beweis. Das ist ja auch voll oft so die Fonte aus Büchern oder Filmen, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, sondern halt auch was dazwischen und dass jeder irgendwie auch was Gutes und Böses an sich hat. Aber wir sind jetzt in den Sumpflanden und da sind ja die Hexen. Also wahrscheinlich werden wir jetzt als nächstes auf die Hexen treffen. Wir haben ja jetzt die Jäger hinter uns gelassen. Und jetzt kommen wahrscheinlich die Hexen. Wow, da würde ich ja auch ein bisschen Platzangst kriegen. Okay. Wer ist er denn? Du solltest von dort verschwinden. Ja, chill. Drecksau. Drecksau ist eine geile Beleidigung irgendwie. Hier geht's nicht weiter. Du Drecksau. Aber vielleicht kriegen wir bei den Hexen dann ja noch ein paar Zauberoptionen oder sowas. Stimmt, wenn du schon so fragst. Feindliche Späher im Süden gesichtet, mehrere Angriffe im Laufe des Tages. Nichts, 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 nichts. Diane. Ich sitze mächtig in der Tinte. Ironside hat mich erwischt, wie ich im Dienst geschlafen habe. Es bestand zwar nie eine Gefahr, aber ich werde trotzdem bestraft. Aus Angst vor neuen Angriffen können wir die Toten nicht begraden. Während ich diese Zahlen schreibe, sehe ich sie. Dort liegen, wo sie gefallen sind, wie schlafende Geister, die im Nebel treiben. Alles ist still und ich habe Angst. Einen Augenblick lang, bitte lach nicht, hätte ich schwören können, dass einer der Leichname sich erhob und umherschlufte. Ich bin so müde. Meine Nerven liegen blank und es war der größte Fehler meines Lebens, hierher zu kommen. Ich warte auf meine Wachablösung, aber es kommt niemand. Aus Angst davor, vor den Falschen gehört zu werden, wage ich es nicht, zum Fortzurufen. Arthur. Kommen wir wieder raus? Dann haben wir hier alles. Wo hängt denn das dran hier? Oh mein Gott, natürlich, die Tür. Brauchst du einen Moment Pause? Ich würde gern weiter in Richtung New Eden. Aber ja, ich sollte kurz verschnaufen. Etwas belastet dich. Dich ebenso. Verrätst du es mir? Ich musste an Kate denken. An den Schrecken in ihrem Gesicht, als sie den Geist sah. An den Schmerz, als sie ihre Schwester verlor. Sie war am Boden zerstört. Und doch erleichtert. Aber gleichzeitig entsetzt. Ich kann den Anblick einfach nicht vergessen. Ihrem Tagebuch nach hatte Kate den Mut, eine Frau zu lieben, aber hat sie dann im Stich gelassen. Sie muss diese Deborah damit gemeint haben. Wessen Geist es auch immer sein mag. Er verachtet nicht nur die Newsmiths. Mögen ihre Wunden gut verheilen. Schwestern sind manchmal kompliziert. Ach, Quatsch. Wenn das alles vorbei ist, kannst du nach Hause zurückkehren und die Duarte-Zwillinge kennenlernen. Deine Schwester kennenlernen. Ich hatte mal eine Schwester. Sie war wie Kate. Dann habe ich sie verloren. Und meine viele Geschwister hattest du denn? Als ich noch sehr jung war, hatte ich eine Freundin. Sie war sozusagen meine Wahlschwester. Und sie lag mir sehr am Herzen. Ich öffnete mich ihr. Es war ein Fehler. Ich habe mit dem Feuer gespielt und mich verbrannt. Das tut mir leid. Das ist lange her. Ich habe jetzt eine neue Familie. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Oh. Ich liebe dich. Für immer. Jetzt ruhe dich aus. Ich halte Wache. Ich werde an deinem Bett wachen, bis du mich wieder im Arm halten kannst. Spektral-Explosion freigeschaltet. Ui. Anthea kann einen ätherischen Impuls freisetzen, der physische Objekte in ihrer Umgebung zerstört. Oh. Vielleicht können wir da ja jetzt die Wand und so mit zerstören. Komm her. Ich möchte was ausprobieren. Hm. Auch dir einen guten Morgen. Bisschen du. Wegen Vernachlässigung seiner militärischen Pflichten und weil er seine Waffenbrüder während ihres Schlafes in schwere Gefahr gebracht hat, wird sein gesamter Urlaub ausgesetzt und sein Wachdienst auf drei Tage verlängert. Oh. Ah, ich weiß, was sie vorhat. Ich glaube, wir können das beseitigen. Gemeinsam. Klar. Ich hole nur eben meine Hacke. Vertrau mir einfach. Drücke oder halte, um physische Objekte zu zerstören. Wowi. Ich wusste, dass der es ging. Hast du gespürt, wie ich den Schleier zerrissen hab? Ja. Hab ich. Und wir haben es zusammen geschafft. Was hab ich denn gemacht? Mehr als genug. Du hast mir Kraft gegeben. Oh, süß. Kannst du das nochmal machen? Verlass dich drauf. Oh, ich dachte, hier wäre auch irgendwie so ein Lager oder so. Aber hier ist ja nichts. Ich weiß. Gehen wir mal eben hier hoch. Merkwürdiger Ort für eine Palisade. Fester Boden. So viele Zugänge. Wie in Benockburn. Oh, da ist wieder so ein Licht. 1414, als die Schotten die Engländer schlugen. Ihr habt die Schlacht gewonnen. Aber wer den Krieg? Keine Ahnung. Ist noch nicht vorbei. Spektral-Explosion. Ja, dann werden wir dort doch direkt mal testen, oder? Schnell, der neue Sting. Boah, wie stark. Stark. Ja, da ist was Wahres dran. Da verläuft das Licht, heißt, wir gehen erst links rum. Sieh zu, dass du da rauskommst. Die Toten sind ruhelos und wütend. Etwas beeinflusst sie. Etwas Bitteres. Oh, da sind total viele von diesen Lichtern. Hast du recht. Trotzdem beeindruckend. Das ist das Werk einer Hexe. Könnte das von Zika stammen? Darauf können wir uns nicht verlassen. Sei auf... Sei auf der Hut. Ja, hier gehen wir dann gleich rum. Folgen wir erst mal dann die Lichter noch. Nebel, Schlamm und Elend. Erinnert mich an Ungarn 86. Nicht gerade die Sternstunde des Christentums. Meine auch nicht. Du warst damals ein anderer Mensch. Ach ja? Oh geil, die kriegen wir auch besiegt. Was geht hier ab? Wer ruft uns? Ich kann nichts erkennen. Da kommen wir noch nicht hoch, ne? Ja, dann müssen wir jetzt erst den anderen Weg gehen. Hier kann er wahrscheinlich auch wieder nichts sehen, oder? Doch. Ich hab hier nicht. Die fühlt sich irgendwie sehr verrückt an. Ist schwer zu beschreiben. Es ist wie ein Sinnanfall. Ein geballter Ausbruch von Frustration. Haben wir ein paar übersehen? Ich wollte nicht den hier dingsen eigentlich. Das ist mir hier zu weitläufig. Ich check doch nicht, von wo wir kamen. Aber ich glaub, wir kamen von hier. Ich hab mittlerweile mich komplett verlaufen. Also so dermaßen verlaufen. Ja, müssen wir hier rum. Geht es nur mir so, oder? Ich hab es auch gespürt. Warte mal, war hier nicht schon das, dass wir verschieben müssen? Ich bin blind in diesem Nebel. Macht das dir was aus? Natürlich nicht. So, hier können wir aber erst mal schon mal den Nebel ausstellen, sozusagen. Alpha Peiniger! Ist das geil! Entspannend! Der ist von einem Filt umgeben. Vorsicht! Konzentrier dich! Tschüss! Aua, der greift mich echt immer stark an, der Nervige. Der ist nervig, der Lila. Sehr nervig. Geht doch, ey. Ich hab voll viel von meinen Essenzen verbrauchen müssen. Müssen wir das hier auch noch heraufbeschwören? Sind bestimmt auch noch die Stille. Leichenteile da? Ein guter Ort, um das herbeizurufen, was in der Nähe verweilt. Willst du alleine Spaß haben? Erstochene Offizier! Jetzt gibt's ja auch noch einen halben Bossfight, oder was ist denn der? Oha, was in dem für einen geilen Angriff hier hingelegt. Alter, ich glaub, man kann dann so richtig schlecht die verfolgen. Ha! Warte mal, da gibt's noch einen von denen hier. Ich guck jetzt aber nochmal eben. Geht es nur um Jesu, oder? Ich hab es auch gespürt. Ja, wir gucken nochmal, aber ich will eben einmal nochmal zurück. Und da nochmal gucken, was es da mit der einen Stelle auf sich hatte. Geht es nur um Jesu, oder? Ich hab es auch gespürt. Oh, hier sind nämlich auch noch Sachen. Ich hab mittlerweile keine Ahnung mehr, wo wir hier sind und was abgeht. Das gefällt mir. Kann ich mir denken. Nein, das hier. Wir zwei zusammen. Das gefällt mir auch. Wo treiben wir uns denn jetzt hier schon wieder rum eigentlich? Hier, das ist für dich. Nun tretet aus dem Schatten hervor. Hallo? Hallo? Beweg dich doch! Was ist das denn jetzt hier? Nichts mehr zum Heilen. Was ist das denn jetzt hier? Ich glaub, ich... ...fuck's nicht mehr. Ich bin hier, verdammt nochmal. Oh, jetzt sterb ich aber nicht, ne? Das würde mich jetzt richtig übertriebenst abfacken. Sie lernen es einfach nicht, oder? Oh mein Gott, was? Ich hau ab. Was ist das denn? Halt den Schemen von der Leiche fern. Ich kann mich nicht heilen. Also witzig. Was? Wo kommen die denn alle her? Hä, wie viele soll ich denn noch besiegen? Bleib bei mir! Das war jetzt mein zweiter Tod? Dass da fünf Millionen von denen waren? Das hab ich jetzt überhaupt nicht gecheckt. Heißt, wir können eigentlich dann jetzt erstmal hier rum. Und dann das andere können wir immer noch machen. Pfeile? Eingeborene? Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Wirst du mit dem Tor fertig? Vergiss es. Das werde ich nie hinkriegen. Dann müssen wir was anderes finden. Ähm. Aha. Was können wir denn hier einbrechen? Ah, und dann das Beschießen, was wir grad gesehen haben. Oh, sag mir jetzt nicht, hier gibt's nur eine Truhe. Das wär enttäuschend. Und die Truhe gibt mir keine Ruhe. Haha. Ah. Ne, Leiter. Wenn du mal durchatmen willst, bietet sich dieser Ort hier an. Oh mein Gott, ja. Danke. Kannst du die verschlossene Tür umgehen? Bestimmt. Okay. Da sieht man schon wieder weiteres Zeug. Und so mysteriöse Graben. Das könnten auch Hexen sein. Also ich glaube, hier wird auf jeden Fall die Action weitergehen. Und hier werden wir auch ganz, ganz, ganz viel neues Zeug erleben. Das ist ein perfekter Moment, um die Mission an dieser Stelle zu pausieren. Denn wenn jetzt, äh, das Hexenlager hier beginnt und wir, äh, hier auf ganz, ganz neue Sachen treffen werden, dann ist es, glaube ich, ein guter Moment, um hier zu pausieren. Wir haben ja jetzt auch schon den dunklen Wald. Hier haben wir in New Edentown. Oh mein Gott, das ist ja doch nochmal ein ganz Stückchen weit weg, weil ich dachte, das wäre hier. Aber es ist hier, ist auch viel größer. Ähm, und sind jetzt halt im Sumpfgebiet. Und das trennt das Ganze voneinander. Oder ich weiß nicht, ob hier auch noch was ist. Und Weltfortschritt, 7%. Dieses Spiel ist auch wieder so ein großes Spiel. Also wirklich krass. So ihr Lieben, es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und es war wirklich sehr aufregend, denn wir mussten wieder krasse Entscheidungen treffen, unter anderem mit den Geschwistern, wie es da weitergeht und ob wir die jetzt opfern oder denen nochmal vergeben. Aber ich glaube, wir haben da schon eine ganz gute Entscheidung getroffen, weil ich fand es schon wirklich sehr brutal, was dort abgegangen ist. Die Bestie haben wir wirklich im First Try besiegt. Da bin ich sehr, sehr, sehr stolz auf uns. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es in dem Sumpfgebiet weitergeht. Ich glaube ja, dass wir dort auf die Hexen treffen werden. Aber das werden wir dann im nächsten Video sehen. Also vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, falls ihr es bis hier noch nicht getan habt. So könnt ihr uns super unterstützen und verpasst dann auch in Zukunft kein weiteres Video mehr. Ihr könnt jetzt aber auch mal super gerne in die Kommentare schreiben, hättet ihr die Geschwister verschont oder hättet ihr ähnliche Entscheidungen, wie wir getroffen. Ihr könnt aber auch super gerne eine positive Bewertung hinterlassen. So zeigt ihr uns auch, dass euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf mehr habt. Und schaut auch gerne bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Gerade auf Twitch sind nämlich mehrmals die Woche live. Dort seht ihr alles in Uncut-Version, könnt alles mitentscheiden und mit uns quatschen. Und auf unserem anderen YouTube-Kanal und auf Instagram gibt es täglichen Lifestyle-Content in Form von Shorts, Wheels, Stories, Longform-Videos und vieles, vieles mehr. Also schautet gerne vorbei, falls euch sowas auch interessiert. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, ihr Lieben! 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 Untertitelung des ZDF, 2020